Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal Braxis in seinem Skin-Contest-Stream snipen. Er weiß zwar, dass wir drin sind, allerdings nicht welcher Skin wir sind. Und wir werden natürlich versuchen, diesen Skin-Contest zu gewinnen. Ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon sagen, das Ganze ist richtig eskaliert, da sind Dinge passiert. Hey, ihr werdet euch totlachen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop zu benutzen. Freunde, bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Und zwar, was den heftigen Support mit meinem Weihnachtskalender hier angeht. Wir haben schon so viele verkauft, sind eigentlich schon fast ausverkauft. Das heißt, wenn du da draußen noch einen Weihnachtskalender haben willst, mit Bobby drauf, mit mir drauf, dem Wannabe-Schriftzug und einer exklusiv unterschriebenen Autogrammkarte von mir, dann geh einfach auf shop-wannabe.de und sichere dir jetzt noch schnell deinen Weihnachtskalender. Vielen Dank, Freunde. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Was ist das für ein Skin-Contest? Wer hostet das hier? Wer bist du? Wer bist du, wer du denkst? Du bist ja gar nicht die Banane. Du bist nicht Brexit, Alter. Du bist Polo hier. Ich bin die Polizei. So, die Leute kommen rein. Sehr schön. Ich werde dich so auseinandernehmen. Scheiße wirst du machen. Ich habe die krassesten Skins. Ich habe 10.000 Skins. Ich revive euch gleich alle. Geht alle zurück. Lassi, weg sonst. Wieso macht ja jeder, was er will? Was ist denn das für ein Skin-Contest hier? So. Der Depp da einfach hinter dir. Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Skin-Contest? Wir haben uns heute hier versammelt, um die Rache an Warner Bros. zu nehmen. Wir machen einen Skin-Contest. Ich habe mir vier krasse Themen rausgesucht. Wir fangen aber ganz entspannt an. Ihr habt alle fürs erste Mal eine Minute Zeit, euch umzuziehen. Es ist ganz einfach. Das erste Thema lautet Brexit. Nein, was ist das denn? Jetzt alle rein. Brexit? Richtig. Kommt mir jetzt nicht alle mit einer Banane. Knall euch alle ab. Ich nehme die Banane. Gut, ich habe so viele Skins. Kriege ich ein bisschen mehr Zeit? Was ich mag, gleich habe ich das mal erwähnt. Kriege ich ein bisschen mehr Zeit? Du gehst da rein, ey. Für Fortnite. Geh rein, sonst stirbst du. Drei. Zwei. Hilfe. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Was passt denn zu Brexit für eine Spitzhacke? Oh Gott. Was mag ich? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Muss jetzt nicht unbedingt die Banane sein, sondern welchen Film mag ich gerne oder was esse ich gerne? Das ist gut. Das ist sehr gut. Er mag Tacos, glaube ich. Das ist so gut, wie ich sterbe jetzt. Die Zeit läuft. Ihr habt noch 15 Sekunden. Oh, oh. Ich glaube, das können wir benutzen, Freunde, oder? Das sieht relativ gut aus. Ich gehe einfach hier mit. Ich muss weg von diesem Naruto-Typen. Oh, ich sehe so viele Bananen. Wie soll ich euch denn weiterlassen? Ey, guck mal raus jetzt. Ey, die waren doch keine Faxen hier. So, es geht los. Ich würde sagen, wir fangen bei dieser Banane hier an. Also, ich muss sagen, drehe dich mal um. Ey, Bruder, das bin ich. Der Anzug gefällt mir. Oh, die Tastatur. Er hat... Das bist du nicht. Doch, weil du auf Tastatur stehst, habe ich eine Tastatur genommen. Aber vielleicht... Wusstest du, dass ich mir eine neue Tastatur geholt habe? Ja. Guck, ich necke. Ja. Jetzt mach ich nein. Guck, jetzt mach ich nein. In 3, 2, 1 mach ich nein. Ich weiß nicht. Bist du wannabe? Ja, ich springe auf 3. 3, 2, 1. Du bist weiter. So. Ich bin das. Ich sag dir ehrlich, ich muss die Bananen weiterlassen. Was ist los? Das kann ich. Ich kann nicht. Ich muss. Dein Ernst? Du hast gesagt, wir wollen nicht alle Bananen nehmen. Ja, aber guck mal, der ist voll klo. Guck mal, was der macht. Ich lass ihn weiter, er ist weiter. Der kommt weiter, der hat voll den Anfall. Oha, das ist eine Ansage mit dem Affen, ne? Ja, das ist eine Todesansage. Hast du nicht mal alle Birnen in der Latte? Was? Der meint, dass du ein Affe bist. Ich hasse Affen. Tot. Oha, der Bananenroboter. Den hab ich doch nicht, Bro. Ich hab den auch nicht, deswegen hätte ich ihn genommen. Das bist du. Den hab ich auch nicht. Lass den mal killen, weil der zu krass ins Kind hat. Mensch, was? Du bist auf jeden Fall weiter. Oha, ich würde sagen, gefallen mir auch, Alter. Du bist weiter. Safe, 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 safe. Den haben wir hier. Was willst du mir damit sagen? Ein Herz als Spitzhacke. Aber ich mag keine Tacos, Digga. Keine Tacos? Nein, wie der mag keine Tacos? Das ist gut. Das ist sehr gut. Er mag Tacos, glaube ich. Oh mein Gott, Leute. Ich muss mal die E-Mode tauschen. Wie der mag keine Tacos? Wir nehmen einfach das Ice-E-Mode. Wir gehen auf Nummer sicher. Oh Gott, das war richtig schlapp. Oh, wirklich. Oh, das ist geil. Das ist mein Roleplay-Skin. Und eine Blume hinten. Warum eine Blume, verstehe ich nicht. Aber ich gebe es auf jeden Fall weiter. Ein Fisch-Skin. Ich habe ein Problem mit Fischen. Haben wir ein Problem, Fischi? Nein, haben wir nicht. Du bist der Fisch-Skin, oder? Ich bin nicht der Fisch-Skin. Also habe ich einen Fisch-Skin. Bist du wannabe? Hey, jetzt geht das wieder los. Du würdest das nicht machen. Das wäre zu riskant. Oder doch? Aber ich lasse dich weiter, weil wir das nicht geschlossen haben. Los. Den haben wir hier. Oh, Superhelden-Banane. Oh, der ist wild. Dreh dich mal um. Mit der Bananenspitze hier unten im Affen als Gefängnis-Ding. Yo, du bist auch weiter. Die kommen alle weiter. Die Bananen, was machst du denn? Das Game Contest ist total langweilig. Er kommt auch weiter. Ja, du bist eine Banane. Ich muss, ich muss. Das gibt es doch gar nicht. Du kannst nicht alle Bananen jetzt weiterlassen, ey. Dreh dich mal um. Auch eine Blume. Das gefällt mir alles. Digga, was soll ich machen, Bruder? Okay, Darth Vader. Warte mal. Was willst du mir damit sagen? Du hast ja wie Darth Vader wollte er sagen. Du willst damit sagen, aber meinst du, ich mag Star Wars? Der hat noch nie Star Wars gesehen. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Der ist rot. Bist du nicht? Als ob ich das bin. In der Banane. Ja, du bist weiter. Dreh dich um. Ich bin Fisch gefangen. Boah, du bist auch weiter. Das ist richtig geil. Banane, dreh dich um. Du bist auch weiter. Okay, hab ich alle? Ich hab nicht alle. Da fehlt einer. Er hat mich noch gar nicht kontrolliert. Oh Gott, der kommt zu mir. Showtime, Baby. Da, wer da, bitte? Da wohl. Da weiß wohl, Alter, dass ich Naruto mag. Mit dem Bananenrucksack. Klar weiß ich das. Fällt mir richtig krass. Das ist gut, das Leute. Er hört uns gerade nicht. Ich esse gerade ein Fischi-Eis. Was sieht der da? Ja, okay. Und so ein Kack lässt du jetzt weiter? Ich liebe Naruto, Digger. Was ist los mit dir? Ey, so schlecht. Ja, du bist weiter. Hör uns weiter lassen, Leute. Let's go. Spider-Man? Ich liebe Spider-Man zwar, aber... Mach mal einen Emote. Komm, schnell. Komm, lass Beidi weiter. Beidi ist cool. Sorry, Digger. Ist auch scheiße. Oh, zwei Naruto-Skins. Brandgefährlich. Kann ich beide weiterlassen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Mach das nicht. Sag mal deine Spitzhacke kurz. Ey, der killt mich gleich doch noch. Sag mal deine Spitzhacke kurz. Wieso ist der andere auch Naruto gewesen? Was macht der jetzt? Ich will nicht sterben. Ich muss leider. Er kommt zu mir. Killt der mich jetzt? Nein, deine Spitzhacke. Ich hab die scheiß Spitzhacke. Ah, sorry. Die ist kreativer. Sorry, Digger. Oh, er killt den anderen. Let's go. Ah, ich bin tot. Du weißt nicht anonym, Alter. Ich seh doch... Oh, Mann. Das ist von neu anfang. Das ist hier der Schatzjäger. Das ist... Wie heißt der nochmal, Bruder? Keine Ahnung, ich will von dir. Indiana Jones ist das, ne? Was willst du mir mit diesem Skin sagen? Dreh dich mal um. Ich kenn den Skin nicht mal. Die Bananen sind weiter, weiter, weiter. Okay, wir sind durch. Gott sei Dank. Das war die längste Runde meines Lebens. Was soll ich machen? Ich muss die Bananen weiterlassen. Ey, es sind einfach 30 Leute weitergekommen. Was heißt? Fast keiner gestorben. Irgendwo hier drin noch, ne? Du bist einer von den Bananen. Bist du eine Banane? Ich bin... Gelb. Du bist eine Banane, 100%. Weil du weißt, ich kann die Bananen hinlegen. Okay, Freunde. Du einfach. Dann machen wir dir das jetzt ein bisschen schwieriger. Und zwar, geht alle schon mal in die Box rein. Alle in die Box rein. Oh Gott, was kommt jetzt? Bald steht Weihnachten vor der Tür. Und der Weihnachtsmann. Oh, Weihnachten oder was? Ich hab schon direkt ein Skin, Leute. Guckt euch den an. Machen wir jetzt schon einen Monat vorher. Ja. Thema Weihnachten. Let's go. Sucht euch was Geiles auch zu Weihnachten. Denkt an... Ich nehm direkt diesen Campus hier, diesen Fake-Weihnachtsmann. Das wird ihm gefallen. Was ihr wollt. Aber es muss weihnachtlich sein. Eine Minute? Ey, warte mal. Ich hab voll die geilen Sachen. Das wird doch chillig werden. Okay, das ist gut. Was ist das? Was ist das? Egal. Ich geh raus, Leute. Ich versuch's jetzt einfach hiermit. Ah, du gehst raus? Äh, äh. Ja, ich lief jetzt das Game. Nein, Spaß. Ich geh jetzt doch nicht raus. Nein, mach's nicht. Und Feierabend. Alle rauskommen. Wer jetzt nicht rauskommt, wird abgeknallt. Was will der von mir? Was will der von mir? Oh. Leute, was will der von mir? Du stellst dich jetzt hier hin, okay? Ey, soll ich snitschen oder was? Dann snitschst du. Hast du das gehört? Und du gehörst, das springt. Ja, ja, hab ich gehört. Mit der wüsste, dass ich das bin. Ich muss jetzt ein Snitcher sein. Okay. Dann passen wir hier mal auf, Leute. Komm bloß nicht raus, ja. Was haben wir hier schönes? Das ist der... Oh, der ist rausgekommen. Ich muss petzen, Leute. Ich muss petzen. Aber ich hab da richtig gute Idee. Wartet mal ab. Ach, der Snitcher ist da. Wer war das Snitcher? Wir gehen jetzt zurück und ich hab da richtig gute Idee. Zeig ihn mir. Ey, du kannst doch nicht so viel Zeit jetzt vergeuden hier, Mann. Mit gesnitschen. Der Snitcher, Alter, wer Snitch denn hier, bitte? Ey, Leute, ich werd jetzt einfach eine andere Person nennen. Wir nehmen einfach den hier, der ist stark. Ich sag einfach, der war das. Oh mein Gott, er hat die direkt gekillt. Wie aus sozial ist das denn? Sehr schön, Snitcher. Der hat ja gar nichts gemacht. Du hast einen Pluspunkt bei mir. Ich hab dich gerettet, Bruder. Jetzt sind wir Freunde. Enttäusch mich nicht. Jetzt haben wir hier, drehe ich mal um, einen Schneebesen und da was? Oh, das ist diese Cinderella, Minderella oder wie die heißt? Heißt die Cinderella oder so? Cinderella. Cinderella, nee, nicht Cinderella. Mirabella heißt das. Das ist Mirabella. Ist das Mirabella? Okay, mach mal einen E-Mode. Was eigentlich, wenn ich jetzt eine Banane bin, komme ich dann wieder weiter automatisch? Habe ich die Meta? Äh, nein. Weil das kein Weihnachtskinn ist. Doch. Die blaue Banane ist ein Weihnachtskinn. Kann man Weihnachten raus. Oh, der Weihnachts-Doggi hier. Was hast du für den Backblink, den Lebkuchen der Böse guckt? Na, das ist easy weiterzukommen. Das bist du, oder? Das bist du. Ah, ich bin tot. Das bist du gar nicht. Hör auf, nein. Alle tot wegen mir. Auch mit dem Schneebesen hier, auch gefällt mir. Geil. Mach mal einen E-Mode. Ja, Geschenke E-Mode. Wie, der hat auch den Schneebesen? Wie oft denn noch jetzt? Ja, hör mal auf, jetzt Fitna zu stiften hier. Was ist hier ein Bummiskin-Contest, oder was? Gefällt mir. Weiter, was für ein Bummiskin-Contest? Ich bin jedenfalls weiter mich schon gar nicht. Ich kann dir einfach umlaufen, Leute umarmen. Haha, wirst du lieben? Oh, was hat das mit Weihnachten zu tun? Das ist doch diese böse Bossin da, ne? Was nehmen die denn teilweise für Skins? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Mach mal einen E-Mode. Ey, Bruder, bei uns hinten ist Treffpunkt gerade. Ich mach Umarmung und so. Ey, Banane, bist du sauer, Digga? Du guckst, du böse. Gott, Leute, wir müssen aufpassen. Der ist direkt neben uns. Uh, das ist von dem Geschenk, ne? Lässt er eh wieder weiter. Von diesen 13 Dinger geschenken, ne? Er wird eh Banane weiterlassen. Einfach nur, weil es Bananen. Natürlich. Okay, du warst der Snitcher, oder? Ja, ich bin der Snitcher. Oh Gott. Leute, wir müssen aufpassen. Der ist böse, aber auch richtig krass. Alter, der muss mich weiterlassen. Immer dein Backbling. Das ist Krampus, Digga. Der hat auch noch alles gedacht, ne? Aber Backbling ist schon echt scheiße bei mir. Auch die, auch hier. Alter, mich weiterlassen. Die Spisshacke, da drin ist auch ein Leben. Ich mach noch eine E-Mode schnell. Ich mach aber schnell eine E-Mode. Das glaub ich auch. Und jetzt sinkt er auch noch. Schlusspunkt als Snitcher. Und du bist weiter. Geht dir. Ey, du lässt die Leute einfach viel zu einfach weiter. Ja, okay, soll ich den Snitcher hier umbringen? Sag, entscheid du. Mach doch. Mach. Ich will doch nicht, das ist nicht mein Skin. Nein, ich lass ihn weiter. Alter, er hat mir geholfen. Nein. Boah, das war richtig knapp. Er wollte mich umbringen. Ein Tannenbaum darf an Weihnachten nicht fehlen. Und ich muss sagen, er ist hier der einzige Tannenbaum. Hat hinten natürlich die AK eingepackt. Auch von diesem Geschenke-Dings. Auch seine Spitzhack ist eingepackt. Und du bist weiter da. Ich will nix sagen, ne? Aber ich glaube, wir haben sich zwei gefunden. Ein Liebespaar. Wer? Wo? Ja, ein Liebespärchen hat sich hier gefunden. Die machen Spielchen hinter deinem Rücken. Silber. Du hast dich weihnachtlich angezogen. Das ist klar. Hast Lebkuchenspitzhacken. Gefällt mir. Hast auch diese... Ey, das dauert jetzt wieder eine halbe Stunde. Guck, was wir hier machen, Leute. Dass du so ein Bubi-Skin-Contest. Wir machen ja immer Party. Ey, verpisst euch mal, ihr verratet mich. Nur weil ihr wisst, wer ich bin. Verpisst euch jetzt mal. Ich? Das bist du. Wer? Das bist du. Das hier bist du. Bist du das, ehrlich? Ja, ich bin das. Ich wusste es. Ist das gut mit Doggo? Ich wollte extra Bobby einbauen, so. Gefällt mir das? Habe ich mir schon fast gedacht. So easy. Aber direkt weitergekommen. So, dann machen wir direkt weiter. Uh, nächstes Thema, Leute. Das nächste Thema wird ein bisschen schwieriger. Welches? Ich werde auch wirklich nicht jeden durchlassen. Naja, okay. Es geht schon mal in eure Box rein, dann habt ihr mehr Zeit, während ich jetzt rede. Ihr wisst ja, bald, irgendwann kommt die neue Season. Season 5, Kapitel 4. Hey, was? Und durch einige Leaks wissen wir ja schon, was etwa reinkommen wird. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt schon vorab. Thema ist Season 5, Kapitel 4. Was ihr euch vorstellen könnt, was reinkommt. Ich nehme einfach den hier. Ihr habt vielleicht Skins, mit denen ihr richtig coole Roboter machen könnt. Boah, der redet noch und ich bin gleich schon fertig. Futuristic. Macht, wie ihr euch Season 5 vorstellt. Was können wir für ein Backlink benutzen, bitte? Denkt dran, ja, es gab ein Leak, das hieß das Ende. Sollen wir das Monster dann nehmen? Ich nehme einfach das Monster. Was soll ich machen? Was für ein Ende? Ja, das wäre etwas schwieriger. Und ich sage euch ehrlich, wenn mir eure Kombo nicht gefällt, knall ich euch einfach ab. Ja, na klar. Macht keine Faxen, wir nehmen einfach den hier. Wir brauchen jetzt eine Spitzhacke, die auf jeden Fall liefert. Irgendwas fürs neue Chapter. Das wird richtig schwierig werden. Was soll ich nehmen? Das. Boah, was ist das denn geiles? Jetzt nehmen wir noch ein paar Emotes und dann haben wir es, Freunde. Würdet ihr mich weiterlassen? Schreibt es mal die Kommentare rein. Boah, ich sage ehrlich, ich bin sehr, 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 sehr unsicher. Du Scheiße. Boah, ich versuche es einfach. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass ich weiterkomme. Kann sein, dass ich jetzt rausschläge. Das 50-50. Das hält Geschmackssache jetzt. Zwei. Oh Gott, schaffe ich? Jetzt muss zwei auch bitte rauskommen. Schaffe ich? Oh Gott, ich komme nicht rechtzeitig raus. Nein. Warte kurz jetzt, ich bin draußen. Das bist du. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Nein, 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 das will ich nicht. Dreh dich kurz einmal rum. Und guck mich nicht an. Boah. Der letzte da hinten, komm mal raus. Das ist das von Flabberskin, den ich da sehe. Der gefällt mir gar nicht. Das ist ein Slabby, Slabby, Slimey, Slamby, Slibby Skin. Da labba ich so. Ähm, aber dieses Season hatten wir bereits, glaube ich. Oh, das ist natürlich schlecht, ne? Das heißt, das... Dreh dich mal um. Das ist kein gutes Zeichen für dich, Bro. Das ist absolut gar kein gutes Zeichen. Erstens, du bist auch noch zu spät gekommen. Sorry, Alter. Wie in der Schule, wenn die Hausaufgaben scheiße sind. Das ist ein böser Skin. Das ist ein böser Skin. Der hat sogar Shackgun-Munition, Pumpgun-Munition hinten an seiner Schulter. Ist Gold. Boah, der sieht richtig böse aus. Das könnte das Ende von Fortnite mit ihm bedeuten. Seine Spitzhacke passt auch perfekt. Die Spitzhacke gehört zum Skin. Kann das sein? Also, ist auf jeden Fall krass. Also, gefällt mir richtig stark. So, das ist jetzt gerade... Das ist... Nein. Das ist doch gerade diese Chrome-Season. Und das... Die gefällt mir gar nicht. Okay, pass auf. Ich sag mal so, ich drehe mich jetzt um, okay? Ich hatte keinen anderen Skin. Ich drehe mich jetzt um. Der ist so tot. Und du machst ein Emote. Du hast drei Sekunden Zeit. Und wenn ich mich umdrehe, muss der Emote knallen. Eins. Zwei. Drei. Ich such doch schon, Bruder. Und? Gefällt das dir? Weg hier, Alter. Okay. Das war dann wohl nein. Uh, das... Boah, er kommt zu mir. Wo wir schon der Sache... Aufpassen, Freunde. Ich will nicht rausfliegen. Wie sieht der aus? Ja, morgen... Morgensternspitzhacke. Das bin ich übrigens. Das bist du... Das bin ich? Das würdest niemals so eine krasse Skin-Kombo machen. Das bin ich übrigens. Das bin ich? Hallo? Natürlich bin ich das. Boah, vor allem... Ja. Wolltest du mir damit sagen... Du machst mit dem Emote gerade alles kaputt, Digga. Leute, ich muss aufhören. Was ist das denn für eine Scheiße? Wolltest du mir damit sagen, auf den die Aliens kommen? Äh, äh... Ja, ja. Also ich finde das kacke, ehrlicherweise. Mir gefällt das vor allem, weil hier hinten so ein kleiner Hamster drauf ist. Das labert hier. Wie geil. Was hat das mit Kapitel 15 zu tun? Es ist auf jeden Fall außerirdisch. Lass mich mal gucken. Außerirdischen hatten wir. Ja. Aber... Ich hab auch Außerirdischen. Dann bist du das hier, ne? Ja, und? Du musst mich bewerten. Du bist weiter. Du bist auf jeden Fall weiter. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Und dir auch. Und wie gefällt dir mein Skin? Wenn du das bist, das ist echt ein geiler Skin. Geil, danke schön. Du bist da ehrlich. Ja, ich hab den ein bisschen bearbeitet. Das bist du nicht. Ich bin das doch mit dem grünen Outfit und so. Ja, du musst gerade so lange dafür überlegen. Wie heißt denn der Skin? Los! Der heißt Alien-Kopf-Deluxe. Das ist der Winz. Aliens an sich gefallen mir. So Future Shit gefällt mir richtig krass. Deine Spitzhacke. Auch mega geil. Das ist gerade der krasseste Skin, ne? Krass, danke schön. Ja, krass. Hat dir anscheinend gut gefallen. Freut mich. Er kniet sich nieder vor mir. Das ist geil. Das ist geil. Das ist ein cooler Emote. Seine Dings-Spitzhacke ist von Star Wars, ne? Star Wars ist scheiße. Star Wars ist aber... Ja, aber hat auch mit Dings was zu tun, glaube ich. Spaß. Star Wars ist das beste. Beste Leben. Auch Nullpunkt. Der Nullpunkt hatte... Also er hatte einen Nullpunkt als Backblink. Das Ende vom Nullpunkt könnte auch krass werden. Du bist auf jeden Fall weiter. Wer will das? Kennert sogar hinten dieses Mimogramm oder wie das heißt. Krass. Sag mal deine Spitzhacke. Okay. Okay, okay, okay. Du bist auf jeden Fall weiter. Hier haper ich noch ein bisschen. Ich glaube, das bist du. Ich glaube, das bist du hier. Alien. Warte, ich gucke mir den mal kurz an. Ja, weg. Wer fliegt hier? Oh, oh. Ey, wer ist das hier drüben? Das ist gar nicht gut, Leute. Ich muss mich schnell verstecken. Wo macht der direkt so aus? Er ist abgelenkt. Und wo kommst du denn hin? Und wo kommt der denn hin? Ey, Bruder, der hat sich die ganze Zeit versteckt. Den würde ich direkt killen. Boah, er killt ihn auch. Ich wusste das gar nicht. Wir gehen jetzt einmal durch. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Oh, ich haper hier noch ein bisschen. Ey, komm schon, Bruder. Mach doch nicht diesen. Lass mich einfach weiter. Schieb dann nicht so faxen. Sorry, Digga. Das gefällt mir halt gar nicht, Digga. Dann komm ich nächstes Mal wieder. Komm mit. Ich glaube, es wird ein Finale. Du bist noch weiter? Ich bin der Ritter gewesen von Anfang an. Ich war schon seit einer halben Stunde. Oh, das sind die Finalisten. Das heißt, du bist einer von denen hier. Oh mein Gott, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Und das letzte Thema. Und auch das schwierigste Thema, meiner Meinung nach, ist oder lautet Roboter. Roboter? Ich möchte eine richtig geile Roboter-Season, beziehungsweise Roboter-Season. Lasst euch was einfallen. Das wäre echt geil, oder? Wenn ich zwei gleiche sehen sollte, werde ich auf einen definitiv schießen. Ja, okay. Der hat niemanden nicht hier, aber es hilft nicht. Macht vielleicht einen anderen Backblink. Natürlich schlecht. Kommt nicht auf den kompletten Roboter-Anzug oder sonst was. Aber seid kreativ. Ich möchte ein E-Mode sehen. Hä, was ist hier gerade passiert? Ich möchte einfach was geiles sehen jetzt. Ist die Runde beendet worden? Denkt euch eine Geschichte aus. Irgendwas geiles zum Roboter oder sonst was. Was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott. Die Runde wurde wirklich beendet? Wer war das, Digga? Wer macht denn sowas? Ich habe den Sound gehört. Wer hat ihn da drauf gedrückt? Konnte das eigentlich beenden? Was ist das für ein Skin-Contest? Da hat einer das Mesh beendet. Ey, wie kann man denn so eklig sein? Wieso hast du Gottmode an, Digga? Warum? Das war der doch bestimmt, der die Faxen gemacht hat. Ah, hör mal. Wer war das? Ja, wir gucken in Wiederholung einfach nach. Der wird mies weggebannt, ey. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich wechsle nochmal. Wir nehmen mal für diesen Robocop-Typ. Der wird niemand haben. Safe nicht. Könnte es richtig schwer werden. Und ihr sollt mich komplett überzeugen. Denkt euch auf jeden Fall eine Story auf, ne? Kommt mir nicht mit einfach so Skin-Blah, sondern macht was Cooles. Bin echt gespannt. Eine coole Story willst du haben. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf, Freunde. Wir nehmen einfach den Flash hier. Dann brauchen wir noch das hier. Boah, das wird so geil werden. Ich sag's euch. Ja, wir werden das richtig gewinnen, ey. Das wird eine richtig fette Überraschung werden. Wieso mache ich das immer mit den Gleitern? Ihr wartet mal. Ich glaube, ich traue mich das nicht. Ich habe eine Idee. Wir nehmen nochmal einen anderen Skin. Der wird mich damit nicht weiterlassen. Wir brauchen diesen Terminator. Ich weiß halt leider nicht, wie der heißt. Irgendwas mit T1000 oder so? E, B, ich weiß es nicht. Gott, wie heißt der denn? Ist der Gold? Ey, ich bin verloren. Ich werde einfach verkacken, weil ich den Skin-Namen kenne. Doch. Warte mal, wo ist der? Ist der hier irgendwo? Oh, da ist er. T8000. Ne, 800. Ey, ich bin so verwirrt. Wir haben hier drei Finalisten. Und ich muss auch sagen, drei ziemlich starke Finalisten. Denn der Omega-Skin, natürlich. Dankeschön. Was für dich. Eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen mit dir. Fällt dir gut, ne? Wusstest du schon. Sehr viel Spaß. Terminator-Skin. Ah, der gefällt mir gar nicht. Aber die Spitzhacke. Ja, ja, finde ich auch nicht cool. Und natürlich hier. Und das bin ich jetzt auch. Bumblebee. Was ist das? Was ist das? Das ist auch für so viel Scheiße zu labern. Ja, die gab es in diesem Pack, oder? Ja. Oder das ist Bananen. Bumblebee. Robo-Bananen. Ja, ja, ja. So. Dann. Ich habe schon meinen ersten Favoriten auf jeden Fall. Aber ich verrate natürlich nicht, wer es sein wird. Ich glaube, der Hass-Terminator. Wir fangen in der Mitte an. Oh, nee. Du machst mir jetzt eine Story. Egal, ich habe den Baba-Story. Wartet ab, Freunde. Der Flash geht in die Zukunft. Holt den Burger. Macht dann so einen Ultrastrahl. Wartet ab. Ich lade mich auf. Jetzt muss er kommen. Komm her. Wir machen jetzt ein Duell. Bist du nicht die Zeit gereist? Genau. Hab mir einen Burger geholt. Jetzt kämpfe ich gegen ihn. Ey, warum haust du mich? Und wartet mal ab. Jetzt kommt das Grande Furioso, Leute. Krass. Jetzt setzen wir uns auf den Stuhl drauf. Auf jeden Fall. Terminator reist auch durch die Zeit. Baba-Bububoss. Oh, mein Gott. Und jetzt hielt er wie ein Playboy. Sehr, sehr stark. Gefällt mir sehr gut. Also ich fand die Story scheiße. Ich finde sie richtig gut. Vor allem hat es mir gefallen, weil er richtig schnell sich einen Burger geholt hat, durch die Zeit sozusagen gereist ist. Und Terminator, das passt einfach. Das passt. Und das hat er sich dabei auch gedacht. Ich gehe mal stark. Hast du dir das dabei gedacht? Ich sage jetzt einfach ja. Natürlich habe ich mir das dabei gedacht. Der liegt doch. Der liegt doch. Der liegt doch. Niemals. Ey, ich bin doch Omega. Hälst mir nicht dran. Warte mal, wer bist du denn? Hör doch auf jetzt. Ich bin Omega. Mach Omega, du bist nicht Omega. Okay, Bruder. Hör zu, ich erkläre dir das. Ich laufe ein bisschen rum, mache Taktikbesprechungen, mache ein bisschen T-T-T-Peng-Peng. Keiner redet jetzt. Ja, okay. Ey, warte mal. Was hat der da? Er hat sie geklaut. Er hat geklaut. Er hat dieselbe Story wie ich, Leute. Seht ihr das? Was sagst du dazu? Äh, der klaut. Was soll ich dazu sagen, Leute? Ihr seid. Ich kämpfe aber gegen ihn. Ey, was ist das denn? Ein Roboter, denn? Was machen wir denn jetzt? Er klaut Storys? Blie mal oben. Ey, ich meine, das war meine Story. Er hat die geklaut. Okay, wir machen hier weiter mit dem Rauch. Okay, Bananeroboter. Du musst mich echt überzeugen. Kein Problem, ich bin das, Brudi. Ich bin Bumblebee im Banana-Look. Das ist ein Lama. Pass genau auf. Herr Lama kämpft mit dir. Du weißt ihn. Ich halte einfach die Fresse hier. Du willst mit ihm kämpfen? Du hast ihn umgebracht. Was ist das für eine Story? Aber die ist gut, oder? Er ist jetzt im Himmel. Du hast einen Kampf gegen Herrn Lama gehabt. Deine ist besser. Du hast ihn umgebracht. Und er ist jetzt im Himmel und du hast gewonnen. Das ist meine Story gewesen. Gefällt sie dir? Ich muss ganz ehrlich sagen, also, den hier, dich hier, diesen hier, fand ich am stärksten. Hä? Meine Story war voll gut mit Lama, Digga. Dem fand ich auch. Auch sehr, sehr stark. Ich muss echt sagen, das war's. Nein, das bist du nicht. Ja, ich hab die ganze Zeit gesagt, ich bin Bumblebee. Ich bin der Terminator die ganze Zeit. Okay, 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 Freunde. Wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Und zwar, macht ihr jetzt ein Dance-Battle? Ein Dance-Battle. Ein 1 gegen 1 Dance-Battle. Thema Roboter. Ja, was auch sonst, ne? Ich hab noch ein paar E-Mails, Freunde. Der muss mir jetzt krass gefallen. Nehmen wir jetzt einfach mit dem Schlagstock erstmal. Aber darf ich raten? Ich glaube, du bist wirklich die Banane. Ja, bin ich auch. Weil ich den nicht habe. Und du weißt genau, dass ich den nicht habe. Ich glaube, ich schwöre. Ich glaube, das bist du. Ich glaube, das bist du. Aber wir gucken gleich mal. Macht ein Dance-Battle in drei. Hätte echt keine Ahnung, ne? Zwei. Und Schlagstock. Feuerfrei. Auf die Fresse. Spür das hier. Boah, deiner ist aber auch gut. Du musst was anderes rausholen. Oh Gott, das holte ich gar nicht. Boah, Zombie-Roboter. Ich mach einfach irgendwas, Freunde. Warum bist du am Handy? Oh, macht der Handy? Das ist doch lust. Was macht der für E-Boots? Und jetzt gibt's noch... Und jetzt meditiert er? Der holt den Besen raus. Was willst du mit dem Besen? Hä? Ich bin Sputz oder was? Okay, ich muss sagen... Tut mir wirklich leid. Aber ich habe einen Gewinner. Und der Gewinner bist nicht... Du wannabe! Yes, let's go! Laber nicht! Der Terminator! Juhu! Gewonnen! Ich wusste, dass ich gewinne. Der Gelber hatte keine Chance und der andere war manipuliert. Ich wusste aber nicht, dass er dieselbe Handlung hatte wie... Ich habe voll Glück gehabt, ne? Wenn du mit ihm angefangen hättest, wäre ich gefückt gewesen. Das am Ende hat dich nochmal gerettet mit dem Stuhl, Alter. Das hat dich richtig krass gerettet. Stark, Alter. Hier, du darfst dich umbringen. Schön. Ich kann dich gar nicht umbringen, oder? Ich weiß. Ja gut, Leute. Das soll es zum Video gewesen sein. Ich denke, es war ein sehr unterhaltsamer Skin-Contest. Checkt Brexyskerne aus in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe mich hochgeschlafen. Was? Ich habe mich hochgeschlafen.